die wollten ja unbedingt zu Fuß laufen das ist echt toll, lohnt sich, kann ich nur jedem empfehlen das ist richtig, was ich bin? Ich habe Angst, dass ich nicht so gut fühlen, das ist nicht so wichtig. Es ist ein wenig zufrieden, dass ich nicht fühle mich. Mir wird schwindelig.